so nix party royal master aus kanada genien habe ich auch schon oft gespielt also ich habe da auch im hinterkopf ja genau das war hier katalanisch kriegen der nimmt auch weg ja das hat nur irgendwie schon ein paar mal ach jetzt habe ich gepennt ich bin eigentlich damals vier um diese b5 geschichte zu verhindern es ist auch nicht jetzt total schlimm oder so für weiß aber habe einfach vergessen ja gut okay damit c4 folgt jetzt läufer a6 und springer e5 kommt damit d4 da kann er die qualität tatsächlich geben hier die idee habe ich vor kurzem mal gesehen in der partie geld fand gegen konno mario da hat weiß sehr ordentliche kompensation gekriegt ist ja häufig so man dann auf der c linie dann da was machen kann so er geht mit der dame hier irgendwie in der nacht g6 wirklich ja sieht so aus ja weiß man jetzt nicht nur man kann vielleicht sogar tauschen und springer e5 spielen keine ahnung ob das genug kompensation ist alternative wäre e4 um zu sagen du hast deine dame da komisch hingestellt springer d7 ist dann natürlich eventuell möglich dann ist aber auch springer a5 eine idee nochmal e4 so springer a5 wie deckt er dann c6 oder das feld auch nur c6 mal gucken gut springer e5 ist klar aber ich habe läufer f4 zum beispiel dann hat er eigentlich auch kein gescheiden zucht sprich schlicht c6 ist schon sehr unangenehm weil er der läufer da er kann maximal 85 obwohl c5 kann er auch nur g3 hängt dann auch habe ich nicht gesehen tumi 8 ja vielleicht naja ich finde das sehr unangenehm wenn er dann wenn er dann wirklich nach c5 geht droht er doch dame g3 sofort vielleicht läuft er e3 zunächst oder hat er vielleicht c5 wirklich direkt ne ich weiß nicht hilft das schwarz ja gut läuft f5 finde ich zu unangenehm den möchte ich verhindern so jetzt springer c6 bringt wahrscheinlich gar nicht mehr so schrecklich nicht viel kann er nach f8 verschwinden jetzt mal weiterentwickeln habe ich jetzt hier überhaupt noch kompensation ist eine wirklich gute frage ich möchte die dame decken um e5 zu spielen vielleicht ja sagt das ist kein problem er kann damit recht haben gut ich kann aber auch noch weiter hier noch mal weiter auf kompensation spielen springer d6 das ist eine möglichkeit auf tom d8 springer c6 also ich stehe immer noch recht aktiv hier ist jetzt noch kein selbstläufer für schwarz vielleicht vielleicht drohe ich jetzt auch im 5 ok er hat er schon hat er genommen so wo nimmt man jetzt zum springer oder womit nimmt man jetzt mit der damen springer e5 kommt dann nehmen wir mal so so das fährt b6 mal weg naja hier muss man ein bisschen ruhe spielen also zumindest stellungstechnisch sagen wir mal hier hat man die kompensation ist jetzt hier eher langfristig wenn überhaupt ich hätte e5 hätte ich spielen können schon aber vielleicht war es ganz gut den springer noch nach von b6 weg zu bringen also nicht nach b6 gehen kann als zum beispiel e5 nimmt nimmt springer läufer ed turm und dann okay hat er verhindert ja so und jetzt ist die frage wie machen wir jetzt weiter springer b8 c6 könnte eine idee sein für schwarz ich könnte auch springer d6 jetzt spielen und dann da ganz rein da ganz reinkommen er hat dann c4 aber kann er das halten ja ist interessant kommen versuchen wir mal er hat dann immerhin so eine komische stellung hier mit die dame ist halt die spielten die mit ja habe ich mir auch gedacht aber ich dachte eigentlich jetzt dame a4 wäre eine idee d7 hängt b4 hängt der hing auch ja die konnte ich auch nehmen aber ich wusste jetzt nicht was er jetzt genau ziehen soll ja so komische züge die aber schon irgendwie verkrampft aussehen er kann ja immer noch nicht hier nehmen weil die 7 hängt gut nämlich mal a7 raus wie viel konnte man auch nehmen aber der armbauer sieht auch verlockend aus so ok so ja springer d4 aber gut jetzt muss der armbauer hier mal rennen so hat er da genommen so jetzt droht auch tom c8 ich sehe nichts mehr tom c8 hier hat er noch ein schach aber ich habe den armbauer und ich habe das war eine gute partie gut wahrscheinlich lacht der computer einen aus aber ich glaube das war eine gute partie aber gut wahrscheinlich lacht der computer einen aus aber war eine interessante kompensationsstellung glaube ich er hatte echt probleme die dame stand immer blöd auf g6 man hatte immer druck am damenflügel ja was ich genaue analyse ergibt vielleicht was anderes aber sah ganz gut aus glaube ich finde für eine blitzpartie bestimmt konnte sich schwarz besser verteidigen aber es war eine unangenehme stellung ganz klar